So, wieder zurück zu Assassin's Creed. Wir sollen hier ein paar Briefe klauen vom König. Locken sabotieren. Okay, eine ist da. Ich muss sagen, die Bonus-Sachen sind bestimmt nicht so einem hinzukriegen, weil ich jetzt schon sehe, erst mal hier eh noch eine Glocke und wenig gute Hinterhaltspunkte, wo man sich dann verstecken kann. Aber naja, macht es halt auf die altmodische Art, einfach mal Leute abschlachten. Hier können wir jetzt den ersten aus der Deckung killen. Erst fange ich dich und dann schlitz ich dich auf. Wahrscheinlich, wie der uns gesehen hat, wurde das jetzt nicht anerkannt. Das war's. Das war's. Wenn du Spaß suchst, kann ich dir gern mal die Gedärme rausnehmen. Moment. ja klappt ja alles mal nicht ganz so wie ich mir das vorstelle aber jetzt noch mal bei den typen zu kommen das schaue vielleicht diesmal klappt nein ich habe es jetzt echt mit mir gar nicht klappt alles jetzt erst mal ist da irgendjemand aber wie ihr seht es klappt irgendwie geil mit dem außen hinterhalb bla bla wir können die glocke kaputt machen nur gucken ob wir ein offenes fenster haben da ist eins keine spur von dem tyrannen hat sich wohl abgesetzt feiger bastard nicht schön aber selten da müsste ich mal so ein paar smoke bomben finden ja 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 ich ja 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 ich ja ich ich ja ja ich ja ich ja ich ich ja ich ja ich Es hat hier schon mal so weit ganz gut geklappt. Komm schon näher. Ja, ja, ja. Klappt tatsächlich mal ganz gut hier der Shit. Okay, ein bisschen hoch. Ja, ja, ja. das schönste bei dem rauch scheiß dass man halt nicht gesehen wird aber die trend keine deckung gesuchen die anderen aber dann geht mir kam aus das wäre natürlich nicht so gut so anscheinend noch höher ich hätte mich vielleicht hinter stehen können dann auch so überziehen ein dummes kackspiel ich habe wieder den tisch verstärkt und dann ging es glocks wie auf dem hoch das ding ist halt der marker wird genau mit angezeigt wir gehen einfach mal hier geradeaus durch die 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 Moment. Hey, Kurt. Wer setzt denn da mit nach? Was ist sicher? So wichtig kann es nicht gewesen sein. Rinsam. 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 ihr wisst wofür es ist ne freunde wegen eurer schlechten kooperation mit mir musste ich euch alle abschlachten es gibt da ein türmchen zum aufdecken auch von innen habe ich gesehen das hat anscheinend keiner gesehen ich hole mal eben den punkt der aussichtspunkt dann gehen wir wieder rein sein wache oben das wird mehr weniger als hagenblendet sind jetzt mal nicht hoch hoch joe ja 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 so ist der ideale punkt um mal einen kleinen break zu machen bis später ja